Prima, dass Sie da sind. Ich bin Michael Wawitzki, ich bin Radiomoderator bei SWR 3 und unterstütze die Arbeit von Chalfand. Auch und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das besonders wichtig. Was ich da gerade gemacht habe, einfach mal Wasser aus dem Wasserhahn nehmen, das kann ein Großteil der Weltbevölkerung nicht. Mehr als 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Situation in Afrika, auch was Hunger angeht, ist im Moment sehr, sehr schlimm, weil viele Helfer auch nicht ein- und ausreisen können, die ganze Logistik zusammenbricht. Das heißt, wenn Sie nicht nur ein Herz, sondern auch ein bisschen Geld übrig haben, dann unterstützen Sie die Arbeit von Chalfand. Vielen Dank.